Herzlich Willkommen zum Granada Luxury Resort Repeat Guest TV. Wir haben heute bei uns die Betül und die Nuray. Das wievielte Mal seid ihr schon bei uns im Hotel? Das zweite Mal. Warum seid ihr ausgerechnet bei uns wieder im Hotel? Also ich finde das Personal ist sehr freundlich. Ich fühle mich hier wie in meinem Heimatort. Das Personal ist wie meine Familie geworden. Ja. Was sagt die Nuray dazu? Ja ich bin auch gerne wieder hier zum zweiten Mal, weil das Hotel vom Ambiente gefällt mir sehr gut. Das Personal ist sehr hilfreich, nett und man hat hier schöne Aussicht. Fast überall kann man das Meer sehen. Das ist das, was ich immer gerne mache. Ich muss am Balkon, im Terrasse sitzen, einen Kaffee trinken und aufs Meer schauen können. Und das habe ich hier. Wunderbar. Was gefällt euch denn am allermeisten bis jetzt bei uns? Es gibt viele Aktivitäten, zum Beispiel im Pool oder außerhalb des Pools. Es gibt viele Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Und ja, ich bin auch der Meinung. Also wir langweilen uns hier nicht. Wir haben immer was zu machen, uns zu amüsieren oder einfach nur. Es gibt auch ruhige Plätze, wo man relax machen kann. Und das Bar hier im Haus ist auch sehr schön. Da bin ich auch zufrieden. Also im Ganzen ist alles super. Wird ihr uns nächstes Jahr wieder besuchen? Auf jeden Fall. Was sagst du Nuray? Ich denke auch. Sehr gut. Das war's von mir dann und bis zum nächsten Mal bei Granada Luxury Repeat TV. Tschüss.